Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte eine Flamme gegeben Und ich habe für die Zigarette ein Feuer vom Hölzli nehmen Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen Und es hätte noch fast ein Loch in den Teppich gegeben davon Ja, man weiß, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer Und für die Glutart Zigarette ist ein Teppich doch zu teuer Und vom Teppich hätte auch Graus können die Feuer ins ganze Haus Und wer weiß, was da nicht alles noch wäre worden draus Es hätte Brand gegeben im Quartier und es hätte die Feuerwehr müssen kommen Hätte gehornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen Und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nichts genutzt Und die ganze Stadt hätte bränt, es hätte sie nicht mehr geschützt Und die Leute wären rumgesprungen in der Angst um Hab und Gut Hätte gemeint, sie hätten ihnen Feuer gelegt, hätte die Sturmgewehr genommen ihr Wut Alles hätte bränt, wer ist schuld, das ganze Land in einem Tumult Dass man geschossen hätte auf die Bundesräte am Rettnerpult Die UNO hätte interveniert und die UNO-Gegner sofort auch Für ihre Schweiz der Frieden zu retten, wären beide mit Panzer gekommen Es hätte sich aus den Nadina, auf Europa, Afrika Es hätte eine Welt gekriegt und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte eine Flamme gegeben Und ich habe für die Zigaretten ein Feuer vom Hölzli nehmen Aber das Hölzli ist davon gespritzt und auf den Teppich gekommen Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder fort habe genommen Applaus Achtung 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 Achtung